So Leute, willkommen zu einem neuen Video, heute so Feind für Markers und heute machen wir alle Medium Marker. Wenn euch das Video weiterhilft mit Feind für Markers, dann lasst euch auf jeden Fall ein Abo und ein Like da und teilt gerne das Video, Leute, um nochmal dazu zu erreichen. Wer die Easy Marker noch nicht hat, habe ich oben rechts, nochmal verlinkt, kurz im Infobutton. Da könnt ihr alle Easy Marker finden, heute machen wir alle Medium Marker und fahr mit dem Blue Marker an. Let's go! So Leute, der erste Medium Marker ist der Blue Marker, der Gute hier, da gehen wir jetzt mal hin und da müssen wir ein bisschen laufen. Hoffentlich vergessen, Renn zu aktivieren und los geht's. Wir müssen einmal hier vorne hin, nämlich wir hier in der Nähe zur Industriegebiet, die Treppe da hoch. Genau Leute, wer Easy Marker noch fehlt, wie gesagt, guckt das Video in der Infobutton an, habe ich unten auch der Videoschreibung, von dem könnt ihr euch alle Easy Marker nochmal angucken, habe ich alle für euch gesammelt, könnt ihr mal gucken. Alles am Start hier, außerdem habe ich hier, der wurde mir angezeigt, ich habe ihn zwar eingesammelt, keine Ahnung warum, aber alles am Starten. Heute machen wir die Medium Marker und wir starten weiter mit dem Blue Marker, hier hoch. So, dann müssen wir hier so ein bisschen, müssen wir hier ein Hobby spielen, das heißt um die Bäume rüber, zappderab, zappderab. Dann haben wir die Steine hoch hier und dann ist er hier unten in der Ecke, müsste der sein und da ist der Blue Marker. Da ist er, perfekt. Und wie immer Leute, ab zum nächsten, let's go. So Leute, nächste Marke am Stand ist zwar der Boxmarker, haben wir letztes Mal schon geholt durch, weil das im gleichen Raum ist, zeigt noch trotz nochmal, wir gehen jetzt zum Boxmarker, machen wir jetzt nochmal. Da gehen wir jetzt einfach zum Industriegebiet nochmal. Super simpel, einfach laufen, laufen. Wie gesagt Leute, falls ihr die Marke schon habt, habt unten euch eine Leiste integriert, da könnt ihr schon ein bisschen durchklicken, welche Marke ihr braucht in diesem Video im Medium Bereich und könnt ihr euch einmal durchklicken. So, müssen wir hier in diese Tür hier vorne rein, diese schöne Tür hier, hier müssen wir rein, da müsst ihr euch einen Schlüssel finden, das heißt ihr kommt hier einmal rein, hier ist der Lava, der geht hier rechts rein, da ist hier so ein Schlüssel, den einfach einmal anklicken, den hier, da ist er, zack, angeklickt, dann wieder zurück und dann ist die Tür nämlich offen und dann könnt ihr den Boxmarker einmal finden. Hier habt ihr Fans und hier einfach einmal anquatschen, zack, habt ihr den Boxmarker, das wäre dieser hier und ab zum nächsten, Leute, let's go. So, Leute, nächste Marke ist der Brickmarker und der ist hier unten links, der Brickmarker, den müsst ihr jetzt einmal finden, der ist ein bisschen tricky, pass auf, da müsst ihr jetzt in das Haus gehen, wo wir schon mal etliche Marke gefunden haben und zwar hier nochmal, seht ihr oben schon diesen Schornstein, da müsst ihr nämlich hin, da kommt ihr herein, das heißt ihr geht immer durch, müsst ihr mal ins Feuer rein, Leute, ganz wichtig ins Feuer, dann seid ihr hier bei diesem Marke, jetzt müsst ihr nochmal auf die Plattform ganz langsam rauf gehen und dann seid ihr hier oben, hier oben kommt man auch später hin, aber hier unten ist der Marker-Shopper, er hat sich versteckt hier, dann müsst ihr jetzt ein bisschen, seht ihr, der hier ist, ganz tricky und müsst ihr ein bisschen anquatschen und dann habt ihr den Brickmarker zusammen, Leute und let's go, ab zum nächsten, wie immer, let's go. So, Leute, nächster Marke am Start, wir gehen jetzt einmal zum Korkmarker, der Korkmarker, auch eigentlich, ich finde, den hätte ich auch easy machen können, er ist aber medium in dem Spiel, das heißt, wir müssen dann mal lang gehen, in der Höhle einfach lang, nicht zur Leiter, sondern ein bisschen dahinter und hinten links habt ihr den Korkmarker, steht da so ganz fies im Schatten, guck mal, der ist da so ganz gemein, guck mal, ein bisschen getarnt hier, geht hier ran und habt den Korkmarker, Leute, das war's schon. Korkmarker am Start, ab zum nächsten, let's go. So, Leute, ab zum nächsten Marker und wir machen jetzt nämlich hier den Krayon-Marker, der heißt nur Krayon, das heißt Krayon-Marker, ich nenne einfach Krayon-Marker, der ist ziemlich auch ziemlich simpel eigentlich, hier geht jetzt einfach geradezu Richtung die Uhr und zwischen den Häusern und dieser, ja, dieser Uhr hier einmal so entlang hier zwischen und da habt ihr hier genau so ein Felsen, also so ein paar, ja, auch so kleine Mauchwurfsflügel, da auf jeden Fall einmal reinspringen und dann fällt ihr ganz tief, wow, und seid hier unten und habt einmal den Marker am Start, da ist der Krayon-Marker am Start und let's go, ab zum nächsten. So, Leute, der nächste Marker ist der Cyan-Marker, Cyan-Marker, je nachdem, wenn ihr aussprechen wollt, das ist der schöne hellblaue hier, der geht da einmal auch ganz easy einfach wieder entlang und jetzt rechts in der Höhle entlang, hier so und einfach gerade aus Strait und hinter den kleinen Baum, da, dort findet ihr den Cyan-Marker, da ist er schon, hello, Drum by Cyan-Musicer, alles klar, let's go, Cyan-Marker am Start, Leute, so einfach ist der Video-Marker und ab zum nächsten, let's go. So, Leute, ab zum nächsten Marker, jetzt gehen wir zum Dark Green-Marker, das ist der gute hier, der dunkle Grüne jetzt am Start, der ist ziemlich auch ziemlich simpel, eigentlich gehen wir einfach wieder eine Runde schwimmen, einfach hier runterspringen, direkt am Anfang, dann geht ihr hier runter, das ist so, ja, so eine Art, ja, kleiner Geheimgang, einfach hingehen, da seid ihr in der Kanalisation und hat sich ganz hier versteckt, hier unten auf dem Boden, da seht ihr schon, da ist der Gute und habt den Dark Green-Marker am Start, Leute und let's go zum nächsten. So, Leute, ab geht's zum nächsten Marker und zwar zum Golden-Marker und der ist auch ein bisschen tricky, aber eigentlich ganz einfach, ihr geht hier einfach wieder Richtung Industriegeländer, einfach hier gerade aus, zappt da, rappt da, rappt, geht da einfach rein und hier hinter ist ganz mies gemacht, hier ist so ein kleiner Spalt, okay, dann geht ihr einfach hier rein, da habt ihr vorne so einen Teleporter-Stein, da geht ihr einfach rauf und dann seid ihr bei dem Guten-Getten-Golden-Marker, let's go, da ist er, Golden-Marker am Start, so einfach ist es, Leute, ab zum nächsten, let's go. So, Leute, ab geht's zum nächsten Marker, so hat's zum Grey-Marker, den hat man nicht übersehen, aber ist echt tricky, ihr müsst hier wieder in dieses Gebäude reingehen, einfach hier einmal rüber, genau, dann müsst ihr nochmal hoch, Leute, hier, und zwar hier nochmal die Leiter und da geht's nochmal ein Stockwerk, hör, zumindest in einer alten Version, irgendwie ist eine unsichtbare Leiter, oh, warte hier, da ist sie, guck mal da, guck mal, seht ihr sie, da ist sie, da einmal hoch und dann seid ihr bei den netten, netten, ja, Grey-Marker, da ist das Ganze versteckt, der Kleine, frecher Junge, Leute, ab geht's zum nächsten, let's go. So, Leute, der nächste Marker ist der Hammer-Marker, Hammer-Marker wäre auch schon ein Wort, Hammer-Marker am Start hier, da gehen wir jetzt rein und der ist auch ziemlich simpel, so, Leute, geht da einfach hier entlang, an der Uhr entlang, hier einfach in die Tür rein, ähm, ist, geupdatet worden, sieht's ein bisschen anders aus, das heißt, jetzt müsst ihr den Hammer neben mir suchen, der euch dahin teleportiert und der Hammer ist jetzt hier, guck mal, da in der Badewanne, da springt ihr einfach rauf und seid ihr beim Hammer-Marker, der sieht cool aus, oder? Guck mal, der ist ja sehr nice, haha, einfach einmal anquatschen, ihr wisst es, und habt den Hammer-Marker am Start und let's go zur nächsten, Leute. Nächster Marker, Leute, wir gehen jetzt einmal zum Kaki-Marker, der ist eigentlich auch ziemlich simpel, das heißt, ihr müsst so ein bisschen gucken, äh, Richtung der Höhle, habt ihr hier so ein Portal und hier ist rechts so ein Baum, dann müsst ihr in den Baum einfach so ein bisschen reinjumpen und, genau, und dann teleportiert ihr euch und habt ihr hier den netten, netten Kaki-Marker, oder ist das schon, Leute, ziemlich leicht, oder? Ab zum nächsten, würde ich sagen, let's go. So, Leute, ab zum nächsten Marker und jetzt gehen wir zum Leaf-Marker, das heißt, dann müssen wir ein bisschen oben in den Bäumen einmal suchen und wir müssen jetzt wieder Richtung Industriegebiet und ihr seht hier oben schon, in den Bäumen ist er oben versteckt, Leute, guck mal, da oben habt ihr gesehen, da ganz oben, da ist er, da ist er, da ist der Gute, da wollen wir hin und wir müssen jetzt einmal über die Bäume, wir sind ein kleiner Obby springen, kriegen wir hin, eigentlich super, super simpel, Rennen aktivieren, Leute, super wichtig und dann geht da einmal hier lang, weil da vorne ist er, da müssen wir hin, dann gehen wir hier lang und feinigste runter wäre ich, Leute, so, nochmal, also einmal, zack, zack, da müssen wir hin, Leute, dann macht ihr nochmal einen auf, hier würde ich sagen, hier nochmal, zack, wir müssen einen weiten Sprung machen, hier rüber jetzt am besten und, genau, perfekt, und da ist der gute Leaf-Marker, perfekt, da haben wir ihn, hat sich einfach im Bäumen versteckt, der Gute und ab zum nächsten, let's go. Leute, ab zum nächsten Marker und zwar jetzt gehen wir zum Lilliped-Marker, ähm, der empfindet sich hier in diesem Königreich wieder sozusagen, da gönnt er einfach hier wieder teleportieren, einfach wieder zur Uhr hochgehen, seid direkt einmal am Spawn, jetzt müsst ihr einfach geradeaus laufen und ich sehe, mein Skin sieht wieder besser aus, ich sehe wieder besser aus, perfekt, war gestern, war letztes Mal irgendwie ein Bug, glaube ich, hier müsst ihr geradeaus laufen, da habt ihr, guck mal, so eine schöne kleine Blume, da springt ihr einmal rauf und dann seid ihr direkt bei den netten, oh, guck mal, sieht nicht schübsch aus mit der Blume oben auf dem Kopf, sehr süß, oder? und da habt ihr den Lilliped-Marker, perfekt, Leute, und ab geht's zum nächsten, let's go. So, Leute, nächster Marker am Start, wir machen jetzt den Lime-Marker, der ist auch ganz easy, aber ein bisschen tricky, passt mal auf, ihr müsst direkt so zur Höhle gucken und dann hier links bei der Treppe, hier ist irgendwo so ein kleiner Glitch, da könnt ihr so runterfallen und das findet ihr den Lime-Marker, so eine Ecke, war der irgendwo hier, da geht's ein bisschen runter, guck mal, irgendwo geht's hier runter, wo geht's hier runter, irgendwo geht's hier runter, da, habt ihr gesehen, da, Lime-Marker am Start, Leute, da ist er, Lime-Marker, ist ein Inventory, und let's go, zum nächsten. So, Leute, nächster Marker ist der Mega-Marker, der ist wirklich groß, hier gehen wir jetzt mal hin zum Mega-Marker, ihr lauft hier einfach Richtung, ja, wieder sozusagen dieser, ja, dieser Höhle da, diesen Höhleneingang, einfach so lang, aber nicht reingelaufen, bitte einmal weiter, und der ist ein bisschen tricky, was wir auch, gibt's, die habe ich gar nicht gesehen am Anfang, gibt's so eine unsichtbare, guck mal da, guck mal, ganz so eine hier, so eine tricky, tricky Plattform, geht einfach so rauf, und dann könnt ihr so weitergehen, irgendwo seht ihr schon, da kommt ihr gleich der Mega, ist das schon der Mega-Marker, einfach einmal reingehen, zack, einmal umarmen den Guten und dann habt ihr den Mega-Marker am Start, da ist er, perfekt, Leute, ab zum nächsten, let's go. So, Leute, nächster Marker am Start, jetzt gehen wir einmal zum Marker mit Fragezeichen, ja, und zwar, der ist ganz schön tricky, der ist gemein, passt mal auf, ihr müsst einfach Richtung, ähm, der Biene laufen, einmal so gerade, gerade zu, schaut mal einfach gerade zu, bis zum Rand, ähm, empfehle ich euch jetzt haben, das Rennen einmal auszumachen, jetzt wird's ein bisschen tricky, passt mal auf, wir müssen mit der Kamera so ein bisschen rumgehen, und der ist unter der Oberfläche, guck mal, jetzt hier, guckt er sicher nicht, aber wenn er so guckt, dann seht ihr ihn, und, das heißt, ihr müsst euch so, also, drauf auf die Höhe von diesem Marker so stellen, das ist ungefähr, die gleiche Höhe, ungefähr so, und da ist jetzt eine unsichtbare Plattform zum Laufen, sollte so passen, dann müsst ihr es hier rauf, perfekt, dann seid ihr hier oben, guck mal, seid ihr hier, richtig nice, und ihr geht da einfach geradezu zum Marker hin, einfach straight so ein bisschen, und dann könnt ihr einfach hingehen, und den einmal am Arm, da ist er nämlich, der Fiesel ist ja einfach unter der Erdoberfläche sozusagen, einmal am Arm und habt den Marker mit Fragezeichen, so einfach ist es, Leute, und ab zum nächsten, let's go. So, Leute, ab zum nächsten, Marke, es wird's ein bisschen einfacher, und zwar zum Markerplier, Markerplier, Marke, je nachdem, dem müsst ihr da suchen, dann sitzt nämlich am PC, der Gute, und der zockt gerade ein bisschen, der müsste einfach hier Richtung der Uhr laufen, einfach hier links jetzt einmal lang, und in den Haus geradezu, dann müsst ihr das schon stecken, und da ist er hier am PC, guck mal, oder der hat sich hier versteckt in seiner Chaos-Budie hier, den Ding, der muss mal aufräumen. So, einfach hier ran, Markerplier ist am Start, Leute, da ist der Gute, und ab zum nächsten, Leute, guck mal, wie wir schon haben, richtig viele Mädels, wir haben richtig viel gesammelt, ey, guck mal, finde ich mal viele, dann war die Mädels schon wieder fertig, Leute, und ab geht's jetzt zum nächsten, let's go. So, Leute, nächste Marker am Start, jetzt gehen wir einmal zum Mint-Marker, Mint-Marker ist auch ein bisschen tricky, dann müssen wir jetzt einmal ganz kurz an der Schneeberg vorbei, einmal hier links einmal langlaufen, jetzt nicht rechts, nicht links, einfach geradeaus hier durchlaufen, Leute, einfach geradeaus, passt mal auf, dann müsst ihr hier auf diese Steine einmal springen, und hier hinter ist ein kleiner Weg und ein kleiner Geheimgang, da könnt ihr hier so irgendwo so reingehen, hier, der ist er, und da ist der Mint-Marker, perfekt, da ist er, perfekt, haben wir am Start, da ist er, und let's go zum nächsten. So, Leute, nächste Marker am Start, ab zum nächsten, direkt zum Öl-Marker, der ist ein bisschen tricky, und dann müssen wir noch zurück nochmal, ähm, ja, zum Industriegebiet, müssen wir mal zur Rakete, ihr wisst noch, wo die ist, Leute, ne, wo ihr dann einmal runterspringen müsst, zeige ich euch jetzt so, einfach einmal durchlaufen, ihr kennt es, seid ihr hier drin, zack, zack, dann einmal hier, dann hier nochmal reinjumpen, bam, und up to Rocket, und jetzt müsst ihr auf die Rakete rauf, da oben ist er nämlich, ihr müsst ihr einmal rauf, hier so, dann müsst ihr so hochlaufen, laufen, laufen, klettern, laufen, und dann habt ihr hier drin, ist der nette Typ, und da ist der Öl-Marker, den sieht man hier, da ist er, perfekt, Öl-Marker am Start, Leute, perfekt, ab zum nächsten, let's go. So, Leute, nächste Marker am Start, und ab geht's direkt zum nächsten, da zum Olive-Marker, Olive-Marker, hier ist er, das heißt, dann müssen wir einmal direkt hier gerade zur Uhr, und gleich ins rechte Gebäude einmal rein, einmal hier, zapp, drapp, dann müsst ihr einmal nach oben gehen, und dann liegt der da oben, wo rum, hinter dieser Ecke hier, und da habt ihr hier den Olive-Marker, der Arme, guck mal, einfach ausgerutscht, hier der Arme. Olive-Marker am Start, Leute, so einfach ist es, wieder eingetragen, und ab geht's zum nächsten, let's go. So, Leute, ab geht's zum nächsten Marker, jetzt geht's zum Orange-Marker, der ist ziemlich einfach, hätten wir auch easy machen können, ihr guckt Richtung diese Uhr, geht hier rechts an der Treppe entlang, und hier ist so ein kleiner Geheimgang, da geht ihr einfach durch, und da habt ihr den Orange-Marker, hallo, mein Freund, Orange-Marker am Start, Leute, so einfach ist es, der ist da, perfekt, und ab geht's zum nächsten, gleich geschafft, Leute, haltet durch, let's go. So, Leute, ab geht's zum nächsten Marker, jetzt geht's zum Pink-Marker, den müssen wir jetzt einmal suchen, der ist ein bisschen, ein bisschen schwierig, müssen jetzt ein kleiner Obby spielen, Leute, und wir müssen einmal geradezu rennen, jetzt einmal hier zum, ähm, ja, zu dieser, zum Höhenangang, zu dieser Gebirge oder was hier, und ihr müsst hier dann nochmal, ähm, einmal hoch, dann müsst ihr irgendwie nochmal hoch, genau, perfekt, und jetzt müsst ihr aber hier mal vorhin der Bone-Marke, ihr müsst aber jetzt hier weiterlaufen, guck mal, hier geht's wirklich weiter, ihr müsst jetzt ganz nach oben, und das ist ohne Pink-Marker versteckt, Leute, einfach hier einmal so ein bisschen hoch, zack, 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 ihr könnt euch immer so auf dieses kleine Ding hier rausstellen, ihr könnt auch Shift-Lock anmachen, habt das ein bisschen einfacher für die meisten, ich mach's kurz mal ohne, um euch das zu zeigen, einfach hier einmal weiterspringen, zack, zack, so, dann müsst ihr hier hoch, guck mal da, da jetzt ist erst der nächste, die nächste Station, das heißt, hier einmal hoch, zack, ihr könnt hier hochkrabbeln, im besten Fall, ja, da ist er, perfekt, so, jetzt geht's weiter, da müsst ihr genau, wo der, äh, wo sie oder er da ist, einmal hoch, genau, hier ist eine unsichtbare Kletterwand wieder, ihr seht's hier schon wieder, einmal hoch, zapp, da rab, dann hier wieder entlang an diesen mächtigen, äh, mächtigen Pfad, und hier ist so ein kleiner, ja, so eine kleine, ja, äh, wieder so eine kleine unsichtbare Leiter, einfach einmal ranspringen, und da ist der Pink-Marker, da ist er, hello Pink-Marker, moin, da haben wir Leute, das ist der Pink-Marker, da ist er drin, kommt mal Leute, nicht mehr viele, gleich geschafft alle Mediums, und ab geht's zum nächsten, let's go. So, Leute, ab zum nächsten Marker, jetzt geht's einmal zum Platinum-Marker, und wir können uns gleich nochmal dazu den Teenage-Mutanten-Ninja-Marker holen, der ist auch im gleichen Gebiet, und da gehen wir jetzt einmal rein, Leute, das heißt, wir müssen einmal schwimmen gehen, müssen nochmal zur Kanalisation, nochmal hier runter, hier, guckt mal hier, hier nochmal rein, da habt ihr ja vorhin den anderen Marker gefunden, der hier unten liegt, genau, und da, guckt mal, da habt ihr vorne einmal diesen, ja, diesen Ninja, äh, sozusagen Teenage-Mutanten-Ninja-Marker, und ihr könnt hier einmal so weitergehen, und zwar hier, geht da einfach in die Box rein, und dann seid ihr nämlich beim Platinum-Marker, let's go, da habt ihr zwei auf einmal, spaut euch den Weg, Leute, und habt hier zwei, einmal am Start Platinum, und die Teenage-Mutanten-Ninja, und let's go zum nächsten. So, Leute, ab zum nächsten Marker, jetzt suchen wir die letzten zwei Medium-Marker in dieser Schlosswelt, hier, mit denen ihr schon mal hin- und herspringen müsst, das heißt, einmal im Princess-Marker und Primrose-Marker, ist fast so in der gleichen Nähe, sag ich mal, das heißt, der Princess-Marker, er geht von Spawners einfach zurück, hier, schaut mal hier, und da im Busch, dann ist der Princess-Marker, und guck mal hier, da ist er, da steht da, zack, einmal einsammeln hier, perfekt, Princess-Marker am Start, perfekt, und von dir, das könnt ihr direkt zum Prim-, äh, wer ist der, zum Primrose-Marker gehen, geht da einfach geradezu durch, also vom Spawn, vom Princess hier einfach so entlang, und hier in irgendeiner von den Dingern ist der, liegt da rum, hier ist er, guck mal, einfach reingehen, zack, zack, und habt den Primrose-Marker, da habt ihr erstmal alle Medium-Marker auch im Schloss erstmal absolviert, die harten machen wir im nächsten Video, Leute, und ab geht's zum nächsten Medium, let's go. So, Leute, nächster Marker am Start, jetzt geht's wieder zum Rainbow-Marker, der ist ein bisschen tricky, der hatten wir auch schon mal, ja, ähm, den einen anderen Marker gesucht, wir müssen jetzt wieder zurück, einmal, noch ein bisschen klettern, Leute, müssen wir da oben auf den Berg, da oben haben wir auch schon mal, ähm, den Marker gefunden, der da oben drauf steht, müssen jetzt aber nach rechts laufen, passt mal auf, Leute, einmal wieder hoch hier, ihr kennt das, einmal wieder, einmal hoch, zappt da ab, einmal hier hoch am besten, genau, perfekt, dann an dem Bone-Marker vorbei, dann nochmal hoch hier, wie gesagt, ihr könnt auch gerne Schifflokt anmachen, Leute, da hat es ein bisschen einfacher, wenn man Schifflokt läuft, auf jeden Fall einmal einfach Schifflokt anmachen, das ist ein bisschen einfacher, wenn ich springen, so, dann einmal hier wieder runter, dann hier hoch, dann wieder hier lang, zappt da ab, hier wieder hoch, klettern, los, klettern, ja, perfekt, so, klettern, jetzt müsst ihr nochmal hoch, ja, ich glaube, doch nochmal hoch, genau, so, zappt da ab, auf die unsichtbare Leiter wieder, dann hier wieder langlaufen, easy peasy, dann nochmal langlaufen, so, jetzt wird es tricky, Leute, jetzt guck mal, ihr seht hier unten, jetzt müsst ihr, seht ihr so eine Höhle, da unten ist eine Höhle, und da müsst ihr jetzt reinspringen, ja, das heißt, nimmst du ein bisschen Anlauf, und zack, seid ihr drin, und jetzt ist tricky, gibt es natürlich noch die anderen Marker, das auch noch eine Abwohnung zu den Rainbow-Marker, und habt ihr so eine unsichtbare, guck mal, unsichtbare Leiter, und dann müsst ihr hier einmal hoch, lass mich, oh Gott, ihr müsst hier einmal so ein bisschen randspringen, genau, so randspringen, ich bin zu dick, oh, die haben es geschafft, so, und hier hat sich der Rainbow-Marker versteckt, einfach von der Klippe steht hier rum, guck mal, wo der steht, ey, ist richtig krass, der Rainbow-Marker ist echt heftig bemutig, und da haben wir ihn, Rainbow-Marker am Start, ein bisschen tricky, aber cool, und das ist der Rainbow-Marker, und ab zum nächsten, Leute, let's go. So, Leute, nächster Marker am Start, jetzt gehen wir aber zum Rock-Marker, der hat sich ganz schön getarnt hier, der gute Freund, da müssen wir jetzt wieder Richtung, äh, wieder sprinten anmachen, genau, Industriegebiet, da sind die meisten bestimmt schon dran vorbeigelaufen, den sieht man echt fast gar nicht, den Typ, ein richtig krasser Marker, passt mal auf, hier geht die Treppe wieder hoch, einmal hier hoch, zappt da ab, und habt ihr, hier habt ihr so ein Steinplatt, und hier unten rechts, guck mal, da ist der Storm-Marker, guck mal, da ist er, einfach so in Stein, so eingebricht, geil, einfach hier rangehen, und habt ihr den Rock-Marker am Start, Leute, richtig nice, da ist er, perfekt, und nicht mehr viel, Leute, noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 haben wir hier, und da haben wir alle Medium am Start, Leute, und Alper geht zum nächsten, let's go, so Leute, nächste Marker am Start, ab geht zum Rust-Marker, zum rostigen Marker sozusagen, ich glaube, es heißt rostig, und dann müssen wir wieder ins Industriegebiet, leider nochmal, Leute, ihr wisst, jeder Gang macht schlank, hier nochmal reinlaufen, zappt da ab, so, da geht ihr nochmal rein, da müsst ihr nochmal dieses Ding nochmal reinspringen, aber nicht zur Rakete rein, nicht zur Rakete, sondern ihr müsst jetzt in den Gulli da, einmal in den Gulli, und dann habt ihr hier, und da ist, oh, was steckt, das ganz böse getan, guck mal, da ist, dann seht ihr schon, da ist der, guck mal, lächel euch an, da ist er, perfekt, moin, Rust-Marker, perfekt, haben wir am Start, yep, und let's go zum nächsten, let's go. So Leute, nächste Marker am Start, ab geht zum nächsten, wir gehen jetzt zum Salmon-Marker, und der ist ein bisschen tricky, ähm, dieser hier, da müssen wir jetzt einmal nötig zur Pyramide gehen, passt mal auf, einmal hier hinlaufen wir zur Pyramide, und echt, wo es beim Skin wieder cooler aussieht, das ist nicht so komisch, das sehen wir im ersten Video, da ist, ihr müsst die Pyramide ein bisschen hochspringen, jump, 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 und irgendwo hier so in dem Bereich ist so ein Geheimgang, und da finden die den Salmon-Marker, da ist er, perfekt, guck mal, da ist er, perfekt, einfach hier aber ran, zack, ihr habt den Salmon-Marker, da ist er, und habt ihn am Start in Inventory, perfekt, haben wir, Leute, ab zum nächsten, gleich geschafft, ja, noch fünf Stück, dann haben wir alle, let's go. So Leute, nächste Marker am Start, und ab geht's zum nächsten zum Smoke-Marker, ihr habt das schon gleich geahnt, wir müssen so ein bisschen was mit Rauch zu tun haben, so ist das auch, das heißt, wir müssen nochmal zum Industriegebiet, wo ist denn das hier vorne, so, nochmal zum Industriegebiet, einmal hier, zapp, da rab, und dann müsst ihr jetzt da oben, wo der Rauch ist, da müsst ihr jetzt hoch, passt mal auf, da geht ihr einfach hoch, Treppe hier, genau, und da müsst ihr jetzt eine Mini-Obby spielen, eine kleine Obby, Leute, ganz easy, einfach hier rauf, dann geht ihr hier rauf, und dann hier, zack, seid ihr beim Smoke-Marker, und man hat ja schon ein bisschen verkohlt und ein bisschen unsichtbar hier, und da haben wir einen Smoke-Marker am Start, Leute, das ist er, ist auch mit drin, perfekt, Leute, ab geht's zum nächsten, let's go. So Leute, ab zum nächsten Marker, unser erstes zum Space-Marker, und ja, ihr werdet es schon der Rat haben, wir müssen dann nämlich jetzt wieder zur Rocket gehen, jetzt hältst du nochmal ins Industriegebiet, Leute, wie oft da schon gewesen sind, richtig oft, aber egal, Jelagam macht schlank, Leute, wir gehen jetzt nochmal rein, müsst jetzt nochmal in diesen Kasten springen, dann nochmal zur Rakete, und dann müsst ihr ganz, ganz tricky so eine Klippe runterbringen, passt mal auf, einmal hier wieder rein, zapp, da rab, so, dann zur Rakete, so, Space-Marker, wie gesagt, der Jutte-Mann hier, da gehen wir jetzt hin, und ihr müsst da einfach geradeaus zulaufen, und da habt ihr so ein Pfeil, guckt mal, da ist so ein Pfeil, letztes Mal haben wir auch diesen Mars-Marker hier gehört, da war ja hier rechts, hier vorne gewesen, in diesem Ding, wir wollen jetzt aber, genau, moin, weil es aber hier, pass auf, da ist so ein Pfeil, und da müsst ihr so, ja, ein bisschen laufen müssen, so, und irgendwann fällt ihr runter, und seid beim Space-Marker, moin, mein Freund, Space-Marker am Start, da ist er, da habt dann Leute, Leute, noch drei Stück, dann haben wir ihn, das heißt, let's go zum Mixen, so, Leute, da habt ihr ein Mix-Marker, und jetzt war es zum Starker-Marker, da gehen wir jetzt am Ende zum Starker, ich finde einfach Starker-Marker, jetzt müssen wir jetzt nochmal in die Weltraumwelt, Leute, nochmal in die Weltraumwelt, let's go, dürfen wir nochmal eine Runde hinrennen, genau, da war es schon ein paar Mal gewesen, gibt es aber nochmal ein kleines Versteck, und der sieht ziemlich, ziemlich cool aus, der sieht nice aus, passt mal auf, wir müssen nochmal hier rein, ihr wisst Bescheid, hier nochmal reinspringen, zappt, da rab, Rakete, und jetzt müsst ihr da vorne, dieses Gebäude mit rein, also so eine kleine Raumstation sozusagen, da geht es einmal rein, und da müssen wir so, ja, den Seiten so ein bisschen entlang laufen, in drin, damit wir zu diesem Starker-Marker kommen, passt auf, einmal durch, so, da vorne ist er, das heißt, wir müssen rechts hier einmal rein, einmal hier rechts, passt mal auf, ist ein langer Weg, aber es geht eigentlich, und dann seid ihr auch gleich schon da, einmal hier, dann einmal nach links, und dann ist er schon da, der leuchtet so schön, ja, moin, tachchen, gebt mir los, perfekt, Starker am Start, Leute, da ist er, und bloß noch zwei, und dann haben wir alle Medien geschafft, let's go, ab zum nächsten. So, Leute, nächste Marker, und zwar jetzt der White-Marker am Start, äh, dieser hier, und da sind wir, glaube ich, schon ein paar Mal dann vorbeigelaufen, habe ich erst später gecheckt, Leute, sorry dafür, aber ist egal, wir dürfen nochmals Industrie bis letztes Mal jetzt für das Video heute, und der White-Marker lag nämlich ganz getarnt auf so einer, ja, auf so einer kleinen Bank sozusagen, lang, passt mal auf, Leute, gehen wir mal hier rein, wieder rein, wieder rein, ihr kennt es schon, reinjumpen, und dann guck mal, er liegt, hier, guck mal, alle haben ihn gesehen, ich glaube, den haben die meisten übersehen, hier ist er, einfach einmal ran hier, und habt den White-Marker am Start, Leute, das war's schon. So, und jetzt geht's zum letzten, zum Xenwood-Marker, let's go, ab zum nächsten. So, Leute, letzte Marke für dieses Video für die Medium-Marker, was, das heißt, dann guck mal, wie schon wir es geschafft haben, alle Easy im letzten Video, Medium im letzten, jetzt in diesem Video, und jetzt zum letzten Marker in diesem Medium-Video, der Xenwood-Marker, der ist ziemlich easy, den gehen wir jetzt auch einmal finden, und suchen einmal hier, nicht ins Wasser von Leuten, einfach hier ein bisschen weiterlaufen, und lauft jetzt bitte einfach straight geradeaus durch, ganz wichtig, einfach hier so, und dann müsst ihr gleich eine Ecke so runterfallen, guck mal, da ist schon was, guck mal, und dann fallt ihr so runter und seid beim Xenwood-Marker, ja, perfekt, da ist es. Leute, damit haben wir alle Marker zusammen, Xenwood-Marker am Start, und wir gehen dann mal zum Schluss, nochmal zum Startpunkt, let's go. So, Leute, in diesem Video haben wir jetzt alle Medium-Marker gefunden, alle Medium-Marker am Start, ja, wer Easy noch nicht geschafft hat, Easy habe ich nochmal oben verlinkt, rechts im Infobutton hier, da habt ihr nochmal, und da habt ihr auch dieses Easy-Video mit dazu, ja, ich mache, Medium ist heute fertig für euch, nächste Video machen wir auf jeden Fall die harten, ja, und zum Schluss machen wir die Insane nochmal, das wird richtig schwer, und dann nochmal Extreme und Makerious, der wird schon richtig böse, und ich mache jedes Video einzeln für euch, und zum Schluss, wenn wir die ganzen Videoreihen fertig gemacht haben, mache ich diese kleinen, also kleinen Videos, so einen großen Video nochmal, und habt ihr alle Marker in einem Video, und da trägt ihr jeden Tag ein bisschen was zum Zocken, Leute, und habt ihr jeden Tag die Marker am Start. Genau, wenn euch das Video geholfen hat für Find the Markers, dann lasst auf jeden Fall ein Like, ein Abo, und schaut, Leute, wo wir es sehr freuen, teilt gerne das Video für Leute, die auch die Marker suchen, und die einfach nicht mehr finden, ich glaube, irgendwann, man sieht einfach die Marker nicht mehr, das heißt, ich wünsche euch auch einen wunderschönen Tag, Leute, bleibt gesund, bis nächstes Mal, haut da rein, ciao!